Oh fuck, jetzt werde ich von vorne ohnehin so angeschossen. Ich hab die... ich hab die... ich hab das Blut rauskommen sehen. Einer kommt jetzt noch von vorne. Einer kommt vom... von der Stadt aus. Vom... Ich hab mich jetzt nur dreimal angeschossen. Ich hab nur einmal abgedrückt. Weißt du, da steh ich hier ganz nicht hinter mir. Ich hab noch nicht mal mitbekommen. Er töte mich nicht. Er kann mich nicht töten. Wo ist mein Hut? Er ist weggeheated. Ey, wie viele hier gerade kommen. Und die Stadt, da ist der Wainson. Ich muss noch ein Hut fehlen, wie ich sie sehen. Gid, gid, gid. Das wird nebelig, das wird nebelig. Ich bin schon runter. Zwei auf der Straße. Einer kommt jetzt auf dich zu. Der Leo... Leo... wie heißt der? Leo... Leo Benebes heißt der. Ah, ich will mir mit meinem Hut wieder zählen. links 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 boi sei Gott und schussend wenn du nachher auf kagelskartig die braunform ich hab mich vor kurzem war dann könnte ich die braunforms ich bin etwas verwirrt, wer über der fein und wer freund ist, das war auf jeden fall fein willst du echt komplett ausmachen? ja, ich bin gerade verwirrt, weil da sind mehrere auf ja du und da ist ja noch einer hinter dem scheiß kackhaus aber boy, dann könnte ich XP machen und der denke, er könnte auch was mit seinem scheiß, der nimmt ja schon boy ich bin beschäftigt, was? nein, boy ich habe gesagt, dann könnte ich XP machen mit dir haben sie gehört? nein, habe ich nichts doch, dann könnte ich XP mit dir machen nein ein Level nein wieso? no ihr wisst keine, ich habe gesagt, wieso darum er ist ja erwachsen ich war die Antwort aufs, ja er verfehlt ja ach Gott ja, ich wollte es eigentlich auch, wie ich schieße, aber wer steht hier drauf? ey, wie das Spiel hängt ja, erstaunlich, ne? hast du eigentlich bis da unten gefessert am Boden? das war ne Frau respect you more, man genau ich kill gerade alle ja, ich hab am Bestes hinter uns dead eye sogar noch mein kill geklaut ne, er stand hinter uns wird der da ich hab ihn nicht beachtet und trotzdem kein kill jetzt hör mal auf, so rumzuleggen hier ja, super ey, du lagst rum, wie scheiße ich? ja ich, ich lag doch gar nicht ja doch, du lagst rum das ganze ich verstehe dich schon fast gar nicht hä, ich lag doch gar nicht doch, du lagst voll rum also, eigentlich nicht also, ich verstehe dich auch, so wie ich verstehe dich auch bei einem ich verstehe dich auch mit Nokia Qualität ja, ok, das ist nicht das Schlimmste na, aber es ist schon aber wir haben uns gerade mit der Dive von einem Dach geholt obwohl da keiner stand der ist oben ich hab grad ein fucking Feld drauf geschafft ich raff gleich aus klar das ist ein Dennis Massaker aber von meiner Falle ne, klar, die kommen von links ist jetzt klar also, wie viel ich grad hier abmütze wo war der, wo war der Hurensohn? ach boi ja, das wurde von einfach zu ehren der ist oben, du Noob ich hab nun offiziell auf Express gewechselt jetzt geht ab ich bin schon lange auf Express ja, ich möchte ich hab den nicht als Gedrohung eingestellt, deswegen tja, Noob mit seinem Saloon nach dem Fenster hier ist er weiß eh, die ist Auto-Aim die sind schon alle raus aus Valentine ganz gut! ja, guck mal genau hin ja, der eine ist da noch oben mein Hut hat er dir den Hut vom Kopf geschossen? ja, aber ich hab ihn schon wieder aufgenommen tja aber er hat mich gerettet, dieser Hut von wo, Alter? von wo? von wo? vom Saloon ich hab den Leo Benevis schon wieder gekillt ja, der wollte es ist Godzilla's Kill ey, dieser Name ja, der wollte zwar auf mich und Nark zu kommen ich hab wieder den Loki gekillt ich hab den Loka wieder gekillt ey Spaß mein Hut dieser Hut, der hat mein Hut vom Kopf geschossen meine auch wo ist der? ich seh den Hut nicht er ist schon tot ja, wie ist er mein Hut nicht? der ist schon tot mein Schiff äh, den Hut ist ähm pack von der Seite ähm, ein Hut ist der Worte der hat sich versteckt, der hat nen Schuss abbekommen ne klar was mein ich nicht tot ja, toll, jetzt hat er mich gedeiht äh, wer? ja, der oben auf dem Stall ach so, auf dem Stall sagst du? ja, auf dem Stall, der ist unter diesem Dach so oha, der hat mich doch gerettet, der einen Typ auf dem Stall der hat dich aber gekillt war das der auf dem Stall? ja sicher? ha ich hab jedenfalls grad ne Auszeichnung ja, ich hab doch grad ne Auszeichnung bekommen, dass ich dass ich jemanden gekillt hab, der nen Truppmitglied aus dem Gefecht gesetzt hat und das hat er auf dem Dach ja er hinter uns, ne? ja, ich brauch erstmal meinen Hut wieder ja, ich auch dankeschön null Hilfe hier was? wie bitte? ja, warte kurz, ich muss mich konzentrieren so, jetzt hab ich nen... was hast du gesagt? was hast du gesagt? ich hab gesagt, dass das scheiß ist mit dem ganzen Dayday ja vor allem die sind da alle in diesem scheiß Salud verschanzt ey, von wo Alter? wer schiebt die jetzt von wo man Hut ab? von oben? ja, aber von wo oben? ja, von vorne oben ja, von vorne oben ich seh das sogar das Dayday-Zeichen ich seh nicht mal die Schiss, Alter, das piss mich grad ein bisschen an ich seh nicht mal die Schiss oder so das ist natürlich scheiße ist natürlich scheiße oh Alter, ach schon jetzt seh ich ihn erzweil ich hab ihn gedroppt aber der ist lebt noch ich glaub der war im Headlitch ist er auch hat mich gekillt auf dem Dach? ja, auf dem Dach wo sonst? das war ne Frage, ob er auf dem Dach ist? ja, ich hab geantwortet ja, toll an er schießt sich mit nem Würmer in Gebärten mit dem Dayday, Alter jetzt werd ich von irgendwo wieder angeschossen ich hab den schon dieser jetzt Godzilla-Typ ja, nein, ey, irgendjemand hat immer an diesem Flug wieder geklappt ich werd wieder gekillt von wo? ja, von ganz links das sieht man ey, wer schießt dir aber mein Hut zum Kopf? von drei Richtungen angeklappen nein, nein, nein und alle hocken ich hab mich gleich an diese Szene erinnern wo, äh, jungle gekillt wurde hm jetzt ok perfekt ganz links hinter dir jetzt werd ich schon mein Gott, Alter ich kann den noch nicht erschießen ich hab noch kein Auto hin jetzt ganz links hab ich auch wieder einen Kandidaten der ist auch tot ja, ich hab den einer ist bei dir gespawnt einer ist bei dir gespawnt ja, ich weiß und ich habe, ich konnte ihn noch nicht mal abschießen und er war schon auf dem Ding raus oder was wie ist das denn fair? ich hab ihn noch nicht 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 willst du weiter? wenn er einmal nicht schlecht wieder abgeknallt kann obwohl er noch ein scheiß Häftding ist ja, ich bohrt auch abgeknallt ja, ich bohrt auch abgeknallt ja, ich bohrt auch abgeknallt ganz am Anfang wie ich sagte eigentlich zu viel na, dann los ich hab die letzten paar Kämpfe und ich mal also ich hab die letzten paar Kämpfe ohne Hut gemacht ist es stehen oder was? oh, das war ein MPC hab mich nur gewundert, wo du raufschießt ich geh links lang ich geh links lang ah, er ist nicht abkommt er ist um auf dem iPhone ich hab's gesehen wahrscheinlich unten war mein Gewehr ja auch nicht links auch noch mal einer hätte ich doch nur meinen Hut gehabt kurz noch einen Widerstand wie das Spiel hängt wie das Spiel hängt ich hab wieder auswesend eingekillt Level 54 ach, hast du ihn mir abgemachtstrichen? ne, er ist auf mich zugerannt mit ner Waffe ja, hast du volles Recht gehabt, ich gehöten ziemlich sicher, da ist halt auf dem Dach ist er auch ich hab ihn gerade gesehen ich hab das Auto eben gehabt ich zieh ihn auf dem Dach, ja knall ihn ab ich hab ihm einen Hit gegeben perfekt, perfekt der ist down ja, damit ist das Dach erledigt ja, ich geh ja runter vom Dach zufällig jo ich kümmere mich um den 54er, noob noob ey, er hängt wirklich so rum, also das Spiel ist grad so am rumlegen ja, ich hab immerhin schon 1914 XP ich mach grad ganz schön XP mit den Typen der fehlt noch ein bisschen bis ich... ah ne, ich fisch auf Level 50 dann kannst du dein Dings schon abholen ich hab ihn gar nicht mitbekommen ja, also dann hast du jetzt ne Trophäe bekommen keine Ahnung, ich hab das nie mitbekommen so dass du deinen Trophäen ausgeschneidet hast hab ich nicht ich hab das aber nicht mitbekommen ich hab grad noch einen gekillt, der gar nicht involviert war naja, das ist der, der involviert war also den, den du reingezogen hast so gesehen ne, ich hab den Level 15 gekillt, der ist erst grad gespawnt ne, der Typ ist da oben auf dem zweiten U-Bau-Geschoss, unter dem Fenster und ich komm hier an den Rand ich seh's ich kann dir aber auch grad nicht helfen, ich hab hier hinten auch zwei Typen na, ich hab ihn einmal angehütet wenn er mich da reinloggen will, kann er es vergessen, ich lauf da nicht rein Alex hat seine Macht fortgesprochen, ich lauf da nicht rein der ist unten, der ist auf der unteren Etage jetzt nein, der ist unten echt? ah Leute, wem wird der unten? oh, hat's verledigt ich hab noch einen neben uns Feuer ich hab noch einen gekillt und das Spiel alles abgekackt ja, ich wusste es doch, weil's so rumgeführt ja, da ist direkt mein Headset abgekackt noch ja, da ist direkt mein Headset abgekackt noch oh, ich bin safe, so, also kann's ich will join' gerade das war doch mal interessant gerade wo ich den letzten abknallen wollte und die 2000 XP kassieren wollte, kack das Spiel ab ja, ich kann das auch nicht beantworten ich glaub, die sind da hinten 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 ach so, der eine ist der eine war von dem anderen gefesselt wo ich gerade Null vielleicht farbe ich auch einfach Teddy Brown mit Randoms ja aber halt nicht richtig farben weil du gemi bist dieser Typ ist jetzt angekommen